Was für ein herrlicher Tag. Und diese Luft. Mama, da ist irgendwas hinter dem Zaun. Keine Angst, Ben, der Zaun schützt uns. Aber du weißt ja, nicht anfassen, okay? Irgendwas stimmt da nicht. Das hab ich verschwenden. Oh, 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 oh. Wird das klappen? Wenn wir den Zaun halten wollen, dann brauchen wir mehr Übertragungskapazität. Und wenn wir hier wieder raus wollen, dann braucht unser Segment hier auch ein bisschen Strom. Ich hoffe, der Wind spielt heute mit. Achtung, Leistungsüberlastung. Netzbooster! Achtung, Leistungsüberlastung. Achtung, Leistungsüberlastung.